Wunderschönen guten Abend, Paddy mit einem wunderbaren Greenscreen, bei mir ist auch alles grün, ich hoffe euch geht's gut, Paddy ist auch am Start, die Weißen gegen QVG E-Sports, sie wissen nicht genau ob es ein deutsches Team ist oder nicht, die sind jetzt gleich in der Messerrunde hier drin, sonst bin ich gewohnt durch die EP-Dudes-Kasse, dass wir eigentlich noch einen längeren Trailer haben, da sind wir vor ungewohnt, deswegen geht's einfach direkt rein, Messerrunde nehmen wir noch mit, und dann sollte diese Partie hier auch gleich schön gepflegt losgehen, ich hoffe die Weißen kann sich hier einen Punkt sichern, wäre natürlich ganz wichtig für Kirby und seine Jungs, da haben wir ja starke Spieler dabei, und eine Spielerin, Kirby, Jade, He-Man, Hidro und Aaron, ja, gegen Vedal, Frosty, Bang, Se-Chung anscheinend, oder? Ebu, Vedal und Eskimo, würdest du da widersprechen? Ne, ich hatte gerade erst irgendwas mit Rechnung gelesen, aber das ist Bang-Se-Chung. Habe ich auch, ohne Witz, ich habe auch Rechnung gelesen, genau ging's mir auch, kein Witz jetzt. Ah, geil. So ist Tschechnung, so ist Tschechnung, weißt du, weißt du, irgendwie sowas, aber dann habe ich gesehen, ja, Bang-Se-Chung wahrscheinlich so, ja. Bang-Se-Chung oder so. Wie auch immer. Also, Messerrunde gegen an QVG-Esports, denke ich mal, bin ich nicht genau 100% aufgepasst, tut mir leid dafür, aber wer auf der CT-Seite startet, muss das gemacht haben. Also die Weißen auf die T-Seite, und wie immer man kennt es, geht's erstmal ab Richtung Rampe, da gibt's den Klatsch, 4 gegen 5, wie es aussieht. Nur ein Mann von QVG-Esports, Bang-Se-Chung, den wir gerade gesprochen haben, noch in der Mitte. Was hier mit dem First-Frag? Oh, starke Frags hier von QVG. E-Bo-Rass mit einer Runde. Alter, Julia, was für ein krasser Contact-Go der CTs, also wirklich ganz lieb. Die eine Pop-Flash vom Timing her geht einfach rein, und da standen die Jungs komplett, einfach komplett offen von die Weißen, wurden einfach zerlegt. Chancenlos. Ah, Flawless, direkt rein geht's hier in diese Pistole für QVG. Jetzt muss ich auch an QVC denken, toll, das wird mir jetzt auch nicht aus dem Kopf gehen. Die verkaufen uns hier wahrscheinlich. Jetzt geht's los. Und nur eine Frage in den Chat, guckt irgendjemand dieses Spiel am Fernseher? Wenn ja, meldet euch mal. Ich hab da eine kleine Frage. Also, da kommt eine schöne Mollo, Frosty verbrennt alle vier. Jolo, also, ich weiß nicht, hier gibt's gerüftes Hühnchen, kein Plan, das war übel. Ich glaub, so ein Frack hab ich auch noch nie gesehen, dass vier Leute verbrennen. Kirby, letzter Mann. Kopfschon, Kirby! Auch eine schnelle Runde. Ein Ace von Frosty. Kann man mal machen. Kann man mal mitnehmen. Grundsolide natürlicher Play hier von ihm. Ähm, okay. War eine Full-Echo. Jetzt sollte die Partie richtig losgehen. Wir haben die Fünfer-Caster drüben. Sehe ich da bei Frosty immer noch die Beisen. Crazy Maisy. 3M4 ist eine Farmer. Das ist eine super krasse Utility, weil man musste gerade nicht viel investieren. Auch gegen die Echo. Deswegen finde ich eigentlich auch immer schade, dass man so schnell Echo spielt, sondern einfach ganz gechillt spielt, einfach, damit die CTs schön Geld rausballern. Das wäre eigentlich, das ist eigentlich so der clevere Schachtel, finde ich. Geht ja alles um Geld. Money, ne? Wenn man das auch kontrolliert, kann man viel machen. Also, Daumen drücken jetzt für die Weisen. Unter euch, die ganzen Fans. Wir brauchen jetzt mal die direkte dritte Runde zum Anschluss mit den Fünfer-Caster. Ja, wieder hier erstmal den Contact-Aufer-A-Rampe, die Utility jetzt runtergeworfen wird. Aber das hält auch erstmal gerade den Spieler von die Weisen auf. Frosty hier in einer ekelnden Position. Kirby, da kommt die Support-Flash und dann will man rein. Ja, aber Fünfer. Nein, jetzt gibt es den ersten Kontakt, weder mit dem First-Damage, den er kassiert, aber Frosty mit dabei soll. Erfolgreich jetzt von hinten, Fleck-Team-Man. Er wird auch hier von Eskimo geholt. Und es ist auch schon wieder eine Zweimann-Unterzahl hier für die Weisen in ihrer ersten Waffenrunde. Jetzt Jade vielleicht mit der Chance wieder. Ja, schön, macht sie das wieder. Und dann hat man jetzt ein bisschen Luft wenigstens, um hier mal Raum einzunehmen Richtung A-Spot. Aber da wartet halt immer noch schon Ebu, wobei der wird abgesmoked. Das kann man erstmal planten, aber ich verlasse mich natürlich ein bisschen auf Jade. Letztes Mal, wo wir die Jungs gecastet haben hier und das Mädel, da hat sie einfach komplett eskaliert. Die hat ja richtig am Anfang performt. Die Pistols gingen massiv rein. Oh, die kommt sehr gut. 50% rausgenommen, aber Aaron sollte wegkommen. Aber trotzdem. Wir haben eine Drei-Mann-Deckung. Alle kommen von der CT-Base. Mal gucken, ob QVG hier diesen Retag anspielen kann. Wir gehen auf unsere Jungs. Jade, Hydro und Mädel. Hydro mit dem ersten. Aaron auch gefallen. Was macht Jade? Kriegt sie den Frag rein. Eskimo fällt. Wichtiger Frag von ihr. Geht da noch mehr. Eins gegen zwei. Hydro macht den letzten klar. Und damit haben wir die erste Runde. Sah dann doch etwas schwieriger aus, als ich es vielleicht mir erhofft habe. Aber erholt war gut. Okay, dafür, dass man am Anfang sehr früh zwei Spieler verloren hat, ist es dann halt doch drei gegen fünf gut aufgegangen. Da auf dem A-Spot. Ich sehe ihn auch direkt. Das ist aber teuer für QVG. Man sieht zwei Farmers. Man sieht einen MP9. Aber auch gleichzeitig EBU mit der AWP dabei. Weh, der Dietmar. Die Rache. Zwar gegen Aaron, aber er kann den First Track ziehen. Wird hier noch gut angebänkt von Hydro, aber kommt weg. Ich bin gerade so ein bisschen alleine unterwegs hier Richtung B-Spot. Macht da ein bisschen... Ja, ein bisschen Lärm mit Granaten und Utility. Während es doch vorwärts gehen soll Richtung A. VG checkt hier schon die ersten Positionen aus und kann ansagen, dass die Mitte frei ist und gleichzeitig Jade rausnehmen, die hier ist schon sehr dreist durch den A-Spot durch war. Soll aber jetzt Richtung A gehen. Man sich alle treiben über die Rampe hier ankommen. Hier mal mit der Flash und dann soll es jetzt auch drauf gehen. Zwei Leute warten schon. EBU mit der AWP noch am Start. Muss man jetzt vorsichtig sein. Der Anschluss gegen Hydro. Ja, der war stark, aber Hydro wer hat sich dann im Nachgang von Re-Peak von A-Boo. Und so ist es das 4 gegen 3. He-Man, Hydro, Kirby. Jetzt muss performt werden. Ich habe gehört, im letzten Spiel hat Kirby extrem performt, aber sie hatten sich gecastet, weil wir keine Zeit hatten. 2SL-Meisterschaft, glaube ich. Ich bin gespannt, ob Kirby jetzt hier auch so richtig reinballert kann. Da ist er auch. First Frag hat er. Kirby jetzt aufpassen. Nicht hängen bleiben. Gut weggekommen. Granata hat gut Damage gemacht, aber in 2 gegen 2. Oh, da gibt es den Gesichtsspred hier von der EP9 im Nachkampf. Es ist He-Man. Der hier drücken muss. Guter Damage. Oh mein Gott, was war das denn? Boah, schön. He-Man. Ganz, ganz frech. Richtig stark. Erst die paar Shots immer wieder Richtung Bombe. Danach macht er den Frag im letzten Ansatz. Krass. Wichtige Runde Nummer 2. Und damit geht es bei QVG-Spots, würde ich sagen, in die Ecke. Man konnte hier sogar noch die AWP für Hydro aufheben. Ein bisschen Geld sogar auch noch hier reingepayt. Wir sehen, mit der Emekten. Wird ihr da was Schnelles spielen oder trotzdem hier langsam und gemütlich? Auf jeden Fall soll es jetzt schnell werden hier bei Vedal. Der steht schon unten close in der Smoke. Aber State hat eben gute Übersicht. Den ersten wird dann aber rausgenommen. Kann er die Waffe aufnehmen. Hat hier sogar die Galil und kann sich zurückziehen. Also ein 1 gegen 1 Trade und die Waffe genommen. Heißt eigentlich gerade in der Situation mal was Positives für die CTs auf jeden Fall. Währenddessen soll es jetzt aber weiter Richtung Baseball gehen. Da steht nur ein Spieler. Aber die Rotation ist auch schon eingeleitet. Frosty ist jetzt auch schon da. Und Vedal auch. Und Vedal schüttelt sich auf jeden Fall voll an. Und Bangsichang kann nichts machen. Zum Glück für uns natürlich. Frosty aber seit vorne wird gesehen an der Smoke. Vedal mit der geklauten Galil. Den ersten hat er. Den zweiten auch noch. 3K für ihn mittlerweile. Jetzt muss man aufpassen. Und was ist mit Kirby? Der passt auf. Macht den schnellen Frack dann. Obwohl er angeschossen wird. Vedal hatte hier ganz klein den Vorteil. Hätte er hier einmal sauber geahmt. Äh geahmt. Geahmt. Dann wäre auch Kirby weg gewesen. Jetzt kann man schnell mal planten würde ich sagen. Und Eskimo mit nur der 5-7. Und von hinten am kommen. Der schon gesehen wird von Hydro. Keine Chance. 3-2 die weißen geht in Führung. Ja nach dem Double Kill von Vedal. Da habe ich noch ein bisschen Angst bekommen. Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war keine schöne Situation gerade. Muss ich ehrlich sagen. Und dann dass er auch den freien Schuss auf Kirby hatte. Der hat nicht genau gesehen wo Vedal war. Die Kombination war anscheinend nicht ganz sauber. Dass Vedal links von denen stand. Weißt du. Weil der schon die ganze Zeit hat alle geholt. Deswegen war das schon ein bisschen. Das war Glück. Muss ich sagen. Dass man da. Sich noch reagieren konnte. Und den Traxing kann. Aber alles in allem ist es gut gegangen. Man hat jetzt hier die Führung. Jetzt muss man hier Frost kriegen. Das macht jemand auch souverän. Bekommt hier den First Track. Frost wieder aggressiv in der Mitte unterwegs. Jetzt Jade kann auch den aggressiven Rampenspieler kriegen. Beziehungsweise so aggressiv war er gar nicht. Jade war eher die Aggressive hier gerade. Das war schon sehr weit oben. Kann schnell den Frack ziehen. Er ist schon wieder eine 2-Mann-Überzahl für die Weisen. Die Runde muss man jetzt einfach nur solide runterspielen. Dann sollte das hier die 4. Runde werden. Aber man lässt sich noch Zeit. Jade ist jetzt hier schon im Rücken von Wedal. Der kann auch locker den Frack ziehen. Und jetzt ist der Asport halt frei. Jetzt muss man mit der Bombe nachrücken. Und dann kommt man jetzt schnell über die Rampe nach. Gleichzeitig ist Bangzuchang erfolgreich gegen Kirby, der wieder hier ein bisschen im Lurk unterwegs war. He-Man allerdings auch gleichzeitig dann jetzt hier den Frack gegen Eskimo. Der ist nur noch Bangzuchang. Der wird schon angegangen von Jade. Der kann den Frack aber auch nochmal ziehen. Jetzt geht es hier eigentlich auf den Safe. Aber Argon ist frei. Der kann den Frack holen. Und die 4. Runde ist sicher. Ja. Also da muss man auch ehrlich sagen, seitdem sie Waffen haben, Utility, die Weisen am Anfang ein bisschen am Struggle, haben sie schwer getan. QVG mit echt ein paar guten Momenten und guten Aktionen, die überraschend waren. Aber jetzt irgendwie haben sie die Kontrolle bekommen. Gewinnen ihre Duelle, wenn man Gegner sieht. Und die letzte Runde hat es ja nochmal gezeigt. Man hat auch ein paar freche Plays gemacht, wie Jade einfach durch die Smoke und holt den Play. Also schöne Räume erspielt. Deswegen das 4 zu 2. QVG wieder in der kleinen Force bei. Sogar mit Bangzuchang relativ weit vor, sag ich jetzt mal, geforced. Mit der MP9 sogar noch ein 7 runter. Weder sogar ein 3. Klar reicht es am Ende. Aber AWP-Technik, weiß ich nicht, ob da die Utility dann voll da ist. Am Ende, wenn man natürlich solche Fracks bekommt und eine AK-For-Free kriegt, geht sowas. Aber da ist ja noch jemand gefallen. Nein, sogar 2. Aber Jade mit dem Refrack. Jetzt fällt die Smoke hier an der Rampe. Man kann weiter nach vorne gehen. Und Erskim auf der anderen Seite geht schon relativ aggressiv hier runter. Ist schon unten, glaube ich, sogar durch. Also ist sogar in der Terrorbase gerade schon angekommen. Das könnte eine schwierige Situation werden für die Jungs. Und Jade. Glück da für Jade, dass sie nicht voll gesehen wurde. Sie sieht einfach alles. Overall ganz starke Sens hier für das Spiel. Super Performance. He-Man auch noch mit dem Frack gegen Frosty. Jetzt ist es einfach nur noch Eskimo, der hier performen müsste. Aber ganz ehrlich, er macht den richtigen Move. Safen das Ding und dann ist gut. Bei Wedal hat er echt nicht viel. Es reicht zwar für den M4, aber noch eine AK-For-Free Hätten wir noch immer gerne als CT, oder? Vor allem ist es halt sehr viel Utility, die man dann einfach mitkaufen kann, die du sonst nicht hast. Gerade Wedal ist mit 1,3er sehr tief. Ja, Jade, Jade, Super Performance hat ja auch eine lange Counter-Strike-Karriere hinter sich. Und immer vor sich, hoffe ich. Also, ganz, ganz starke Spielerinnen. Eskimo kann noch Jade rausnehmen. Da wollte man noch mal ein bisschen jagen. Hat dann noch mal eine Waffe investiert. Die anderen beiden safet man hier. He-Man und Hydro bleiben standhaft am A-Sport, wollen hier nicht auch noch die Waffe verlieren. Somit kann man hier bei Eskimo die AK safen. Aber insgesamt sind wir jetzt schon bei 5 zu 2. Die Weise setzt sich hier so ein bisschen ab. Oder durch diesen Saves, lieber. Okay, jetzt sogar 3,8 über. Also, eigentlich viel zu viel über. Oh Mann. Ja, Gullwix. Warum? Warum, mein Lieber? Grüße gehen raus. An alle natürlich, die hier da sind, im Chat aktiv sind. Danke an Rebox. Reingeht's. Jo. Ebo mit der AWP. Hat auch das erste Mal die AWP, glaube ich, dabei, oder? Hat er schon die AWP vorher gespielt? Hast du auf dem Schirm gehabt? Boah, ja, muss ja. Die hat ja eben einen aufgehoben. Okay. Aber Vedal, guter Damage gegen ihn. Viel Brandschaden vor durch die Molo. Die Weisen bricht den Go Richtung A ab. Haben eh nur zwei Leute jetzt hier von den QVG Sports und Vedal versucht jemanden zu finden und geht ihn durch die Mitte. Aber da steht Frosty und Eskimo mit dem Double Deckung. Super Aktion. Und Jade versucht hier irgendwie zu jiggeln. Jade den ersten, kriegt Jade auch noch die zweiten. Große Frage, aber gar kein Problem für sie. Gar kein Problem, gönnt sich die Fracks. Aber Bangse Chang ist da. Bangse Chang mit dem Refrag gegen Jade. Wichtig. Und natürlich aus deren Sicht richtig. Für uns natürlich überhaupt nicht richtig, dass Jade hier fällt. Kann ja nicht sein, so was. Frech. Einfach auf Raum zu schießen. So geht das gar nicht. Sehr schlecht. Kann man aber hier den Baseball einnehmen, während man in der Mitte den Druck da gegen Bangse Chang noch macht. Jetzt muss man nur irgendwie zu Bobflät kommen, aber die Bombe braucht noch ein bisschen, bis sie da ist. Ein schöner Frack hier nochmal von Ebu. Kann ich glaube, hier rausgehen. Boah, stark. Starker Play von Aaron. Der Frack von Ebu war schön. ein Play machen. Ja, macht er ja. Indem er rotiert hat, war es ja schon mal ein guter Player. Man weiß nicht, dass er da nicht mehr ist. Die... War schön. Ebu verbrennt jetzt hier noch. Das ist so bitter. Boah, und dann gibt es die Frack, aber weder. Ich lasse jetzt nochmal. Hydro, kein Problem. Zielt ab auf Kante und der Frack sitzt. 6 zu 2. Die Weisen für die nächste Woche und dann droppt jemand. Ja, ich denke mal, da werden wir eine kurze Pause haben und dann geht es gleich weiter. Da ist er schon wieder. Na, man hat das Geld. Man kauft rein. Nochmal. Auch vielleicht ein bisschen zu gefährlich, oder? Die neue MP9 nur. Ist man zu ungeduldig, dass man da lieber noch ein bisschen eine Runde mehr Echo macht und ein bisschen mehr Utility spielt? Warum nein? Ja, aber guck dir das... Guck dir doch mal jetzt den Bay an. Wenn du da eine Echo spielst, verlaust du noch eine ganze Runde. Na gut, aber der MP9... Na, egal. Ich bin da immer... Also es ist halt ein Antidein. Ja, die kann das nicht, wenn die nichts rift. Ja, die gehst du auf Close Distance mit, aber du hast doch alles andere. Ja. Ich bin da immer wieder eine andere Ansicht. Ebu konnte man doch sehen, oder? Ich weiß es nicht, aber... Ja, natürlich hat man den gesehen. Messer Frack. Ich glaube, der Server... Der Server ist down. Nein. Was? Okay. Lässt sich da super viel Zeit. So sieht das auch genau aus, wie man das disconnect hat, finde ich. Nee, bei mir war es halt... Meistern hat immer clever gespielt. Ebu wusste es halt, ich war im Tunnel, hat dran dran gesucht, hat nicht gesehen, dass er eigentlich im Zoom gewesen ist. Ja, natürlich, was sonst? Ich scroll, der Server war down. Jetzt plantet man hier auf der Eisenstange. In der letzten Ecke, die auch gerade geplant worden ist, aber das ist auf jeden Fall eine Runde für die Weisen. Dafür wird man safen und bewegt sich hier gar nicht weg vom Baseball. Aber, das werden sie nicht auf sich sitzen lassen, die Terroristen. Da wird man auf jeden Fall suchen gehen. Und Kirby findet hier auch schon Eskimo. Jetzt muss man nur noch Bangsi-Chang finden. Nochmal eine Flash hinterher. Jetzt weiß man, wo Bangsi-Chang ist. Mal gucken, wie viel man da jetzt noch rein investiert. Er macht es gut, kriegt da zwei Spieler und damit ist es die AK für die nächste Runde. Sieht so ein bisschen aus, wie eine Hero AK. Die haben doch genug Geld, können alle reinkaufen. Macht euch mal eine Memo. Albi hat kein Verständnis von Geldmanagement. Ich hätte lieber letzte Runde, dann hätte ich ja lieber fünf MP9s gesehen, bis auf der eine Spieler und dann diese Runde alles. Rotality voll, vier MP4s und die AWP. So wäre mein Play gewesen. Gewinnst du die Runde, machst du aber halt einfach viel mehr Sinn. Ja, sie gewinnen auch die Runde jetzt nicht und auch nächste nicht. Weil sie gerade einfach gar nicht reinkommen ins Spiel. Die Weisen spielt super stark, seitdem sie Waffen haben. Und, ja, spielen sie quasi fast aus. Du hast es gerade eben gesehen. Ebu wusste noch nicht mal, dass Jade da ist. Die hätte nochmal zwei Runden um die rumtanzen können und der hätte es nicht gemerkt. Jetzt soll es der B-Spot werden. Da steht einer hinten in der Corner und noch einer Onside. Boah. Und Redal, Rekifrag mit der Riegel. Gleichzeitig auch Esken vor. Aber auch wieder der Refrag. Da ist die Hero-Karte. Und jetzt hier Bangsi-Chang. Macht einen, keinen zweiten. Jade. Oh, frech. Immer wieder von hinten. Immer wieder von hinten unterwegs. Freche Plays. Das muss doch jetzt wieder mal bestraft werden für die Gegner. Ey, super Position. Da kann man einfach blenden auf dem A-Spot. Niemand wird es checken. Jade wartet da einfach nur ab. Ganz, ganz stark gespielt. Ganz clever. Niemand wird sich auf dem Schirm haben. Jetzt vielleicht. Bangsi-Chang wird es checken. Jetzt hat er den ersten A. Ist natürlich das Timing. Bisschen unglücklich. Man dachte nicht, dass so jemand dran ist. Hätte man auch haben können. oh, die Double-Barette regelt. Die Molo hat es verraten. Oh, aber dann verschießt er den Letzten. Der A hat Hido zu schnell gezielt. Hätte er auch sauber abgeben können. Force-Py. Bei QVG. Kann man mal machen. Nur Force-Py. Ärgerlich für die Weisen, dass man jetzt so eine Runde abgibt. Man hat natürlich noch genug. Wir sehen es, aber Kirby wird hier schon einen Drop kriegen müssen. Von einem seiner Teammates. Muss sogar selbst reinkaufen. Nee, nee, nee. Das muss ein Drop gewesen sein. Hat nur 2-2 ausgegeben. Jetzt kann keine Geil gewesen sein. Ja, wir sehen hier, He-Man mit 9-3, die er ausgegeben hat, diese Runde. Der wird dann wohl getroppt haben. Kirby. Aber trotzdem, die Runde muss man jetzt holen, sonst ist man in der ersten Echo. Seit lange. Hoffen wir es nicht, weil das wäre nämlich gar nicht so gut, weil man muss ganz klar sagen, die Weisen ist bessere Team. Seit einigen Runden. So ein lacke Punchdown, das ist eklig. Ebo, hat sie die Chance hier gerade. Dann gibt es den Refact vielleicht jetzt gleich mit der Granate. Nein, trifft nicht die Richtung Hydro. Bleibt anscheinend Hankfeuer in der Kiste. Aber wenn die durchgekommen, wäre das Problem. Jade schon wieder ganz frecher Hüpfer hier. Ganz vorne angekommen. Direkt wieder den Opener. Immer wieder kann sie hier ein Spieler rausnehmen. Kirby sucht hier und er fliegt nach oben rechts. Kein Problem für ihn. Bang se Chang. Bleibt Bang se Chang. Aber ist immer wieder raus. Weder fällt auch auf dem A-Side. Wir haben hier bei Devices so einen typischen Spielstil. Wenn es Richtung A geht, ist Kirby auf B der Lurker. Und wenn es Richtung B geht, haben wir Jade auf dem A-Spot, der jetzt hinterherkommt. Und das funktioniert gerade sehr gut. Man hat oft hier den Frag dann auf der anderen Seite. Und das macht gerade hier auf jeden Fall QVG zu schaffen. Gerade Jade muss doch schon wieder weit weg sein von allen 15 Frags. Ist schon wieder Top-Fragger hier. All-in mit 15. Da kommt nur dann nachher Frosty mit 10 hinterher. Und der hatte einen Ace in einer Runde. Das heißt, er hat 5 Frags in den anderen Runden gemacht. Na, siehste, es war nur Pistol halt. Darf man auch nicht vergessen. Oder Gegen-Pistol halt. Nicht wirklich Nennstern eigentlich. Das Barbecue in Runde 2. Also da ist so ein Thema für sich. Aber ich würde dir beisteuern, aber ich glaube, Jade ist jede Runde immer hier unterwegs. Immer jede Runde A-Spot. Kirby vielleicht eventuell immer Runde B-Spot. Ja, aber halt wenn ein Spot greifen sie dann an und das sollt immer auf der anderen Seite den Lurker, der im Rüst fällt. Aber so macht es ja auch Sinn. Du hast ja meistens auch bei anderen Teams immer einen Spieler, der so ein bisschen abdeckt, damit keinen CT halt pusht. Weil du musst ja auch als Terrorspieler diesen aggressiven Play aufhalten. Das ist halt, die Map ist halt so aufgebaut halt. Die einzige Position, die meistens ja offen ist, ist dann immer die Mitte, wo jemand runterkommen könnte. Sag ich jetzt mal. Beziehungsweise hoch. Die CTs meistens gehen nicht runter, weil man einfach direkt auch in die Arme der Terrors läuft. Aber nur gut. Halbzeitführung hat man. Die Weisen spielt jetzt runter hier. 8 zu 3 soweit. Jetzt ist wieder Geld da gewesen bei QVG eSports, AWP 3M4 sind die Farmers und jetzt vielleicht ein etwas dreisterer Move, aber nicht mit He-Man. Der kommt gerade, wie angekündigt, von unten nach oben Hoke, klettert und macht genau den Frack. Dafür aber Ebu mit dem Refrag, mit der AWP. Aber Hydro findet ihn und damit ist es wieder der Foto für die Weisen. Jetzt sieht man sich erst mal sogar noch zurück von der A-Side beziehungsweise von der Rampe geht nochmal hier Richtung B. Kirby wartet auch schon ab, ob er irgendwo vielleicht einen Spieler finden kann. Wir sehen hier gerade im Radar, dass es Richtung Mitte-Aggressivität gerade gibt von QVG. Aber da ist keiner. Mal gucken, ob man das auffällt. Ja, und jetzt sehen wir auch schon direkt wieder das Rückrotieren von dem einen Spieler. Ich glaube, Bangsi Chang war es, der jetzt wieder den B-Spot eingenommen hat. Gleichzeitig ist auf dem T-Spawn Eskimo unterwegs. Kirby kriegt ordentlich Schaden. Runter auf den VP. He-Man kann allerdings den Frack jetzt ziehen auf dem B-Spot und damit ist der B-Spot erstmal frei. Oh, das wird jetzt gefährlich sein. Aber gleichzeitig gefährlich. Eskimo holt einen, aber ist danach bekannt jetzt auf jeden Fall. Da muss jemand aufpassen, der gerade kommt gut, aber parallel. Aaron, wie gesagt, gerade rennt runter. Hat weder gehört, ganz klar. Nächster Frack sitzt 9 zu 3. War kurz gefährlich, aber dadurch, dass man Pech hatte vom Timing her und ein bisschen zu spät kam und der eine Spieler da drunter gerannt ist, musste man ihn holen und dadurch wussten die anderen, dass er da ist. Easy peasy gefühlt für die Weisen, aber deswegen haben wir jetzt wieder nur so eine Pistol Force. Vier Deagles, die wehtun können und eine 5-7 ein paar Flashes reingeht in Runde Nummer 13. Die Weisen kann hier wirklich zweistellig gehen, meine Lieben. und das auf Vertigo auf der T-Side, das schmeckt. Ja, sieht jetzt sehr gut aus. Man hat da wirklich diese drei Runden, sagen wir mal, zwei am Anfang und dann eine mittendrin so ein bisschen random abgeben. Da hat Kirby vorher den Vedal gesehen. Ne, gar nicht wahr. Es war Bangsu Chang. Vedal ist woanders gefallen. Er wurde auch gleichzeitig noch geholt und damit ist es schon wieder eine 2-mal Überzahl. Klar, es sind nur Deagles. Das heißt, Double Digits sollten ja eigentlich drin sein. Eben hat man das allerdings noch verspielt gegen Deagles diese Runde. Oh, aber da, Hydro mit dem Fracking Eskimo. Onside wird auch schon fleißig geschossen. Jade schießt hier gegen Frosty. Frosty schießt gegen Jade und am Ende darf es dann Hydro machen, der sich hier den dritten diese Runde schnappt. Da hast du einfach keine Chance. Die Jungs sind jetzt gerade wirklich in Fahrt. Wir haben hier so zwei Monsterspieler oder auf jeden Fall Jade immer an der Rampe. Ich habe ja damals auf dem letzten Cast gesagt, eigentlich ist es ja ein sehr Main-Team hier, würde ich ganz klar sagen, von der Power, die man als Spieler dabei hat bei die Weisen. Die müssten eigentlich hier durchmarschieren. Dass sie letztes Mal, glaube ich, Intermediate verloren haben das Spiel, hat mich schon gewundert, aber vielleicht hat man da auch einen Gegner gefunden, der auch so stark ist wie sie hier halt einfach, der auch in die Main gehört. Aber muss man ganz klar sagen, Kirby hat Advance gespielt. Er ist ja mehr auf Div 1, genau wie Jade, genauso wie Aaron. Ich glaube, Hydro und He-Man für die beiden wäre das neu. Ich weiß gar nicht, ob Hydro in der Main in der ESM-Meisterschaft Div 1 schon gespielt hat. Kann ich gar nicht sagen. Die man ist, glaube ich, aber auch Newcomer. Müsste ich mir mal Infos einholen lassen von Kirby, dass er mir was erzählt über die fünf Spieler. Hat er vielleicht auch schon, ich weiß es gar nicht genau. Ist beim WoW-Spiel untergegangen. Ja, so ein bisschen. Oh, Jade, jetzt diesmal vielleicht weder erfolgreich. Ja, muss ja auch mal sein, gewinnt hier diesmal das Opening-Duell gegen Jade und damit ist es mal eine Unterzahl für die Weißen hier in dieser 14. Runde. Mal schauen, man hat oft das jetzt ausgeglichen und es wird mal probiert über die Mitte zu gehen. Und He-Man mit dem Fracking-Ebu, der verschießt hier seinen ersten Shot und das wird direkt gestraft. He-Man erfolgreich. Vier gegen vier. Jetzt wird der Baseball angespielt. Da ist man schon weit drauf. Kirby wird aber rausgenommen von Frosty. Jetzt wird es eventuell auch kautisch. In der Corner hat man halt immer noch ein CT-Spiel. Ja, aber den ist bekannt, weil er hat es nicht gelöscht. Deswegen wusste man ganz klar, was er ist. Aber somit hat man es unter Kontrolle abgezielt, stark gemacht. Hydro holt sich endlich mal einen starken, richtig starken Frack mit der AWP und plötzlich sind es nur noch zwei CTs anstatt vier. Und jetzt können die Jungs von die Weißen planten, wenn sie wollten. Dann müssen wir erstmal abwarten. Eskimo sehr offensiv weit vorne. Könnte jetzt hier vielleicht der Neckbreaker sein. Aber Aaron hat es auf dem Schirm. Ne, es ist Hydro. Aber Aaron macht weder. Aaron hat den letzten. Ja, also 11 zu 3. Es sieht echt spannend aus. Man denkt so scheiße, jetzt gleich klatscht das extrem in die Gesichter von unseren Jungs. Aber am Ende bleiben die cool. Zielen alles ab. Schwierig. Deswegen jetzt in der letzten Runde sieht man eine Pause. Das ist auch interessant. Aber man bespricht wahrscheinlich, nicht, was man kaufen möchte. Weil viel ist es ja nicht, was man kaufen kann. Na ja. Ja, MP9. Ja, und Wedel könnte sogar vielleicht ohne Utility auf eine Dingsus gehen. Eine M4. Genauso wie Frosty. Und die anderen halt MP9. Vielleicht eine Scout bei Ebu. Macht man ja auch manchmal. Mal schauen. Aber dafür jetzt die Auszeitchen nehmen. Gut, dass die so schnell zu Ende sind. Ich weiß nicht, hast du gestern in meinen Stream geguckt, wo ich WoW gespielt habe? Nö. Du bist ein Penner, Alter. Deswegen kam gerade Gulbex rein. Ich habe mit einem anderen Spieler gespielt, der die ganze Zeit extrem vor Ort sich spielt. Ich habe ihn überzeugt, so Elite Quest da, Elite Quest da. Ja, okay, mit dir mache ich. Und jetzt, was macht er jetzt alleine? Heute schickt er mir Foto auf Discord von seinem Geist. Ja, er wird 39. Es gab noch mal ein paar technische Probleme. Er ist gestorben an so einem Bukanier. Ganz bitter. Schwierig, schwierig alles. Da werden erst mal 400 verschiedene Pause-Calls gegeben im Chat, bis es dann funktioniert. Weil es ist ja eine technische, es ist ja einer getroppt, da brauchen sie ja nicht ihre Team-Timeouts benutzen. Ja, 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 klar. Da hat einer von Devices zu den Chat geschrieben, wie es richtig ist. Ja, sie haben ja selber geschrieben, die haben ja auch einen Twitter-Prost gemacht, dass das letzte Spiel von QVG ein Def-Win war. Die Gegner hat sich aufgetaucht, deswegen jetzt die erste reale Spiel wahrscheinlich, deswegen auch für sie was Neues jetzt wie man es umgehen muss. Also, jetzt haben sie hier mal direkt einen harten Gegner mit Devices, mit starken Monsterspielen auf der anderen Seite. Ebo gefällt, mir aber der Anime-Bild gefällt mir sehr gut sogar. Sehr sympathisch, sehr sympathisch, aber hier mehr Jade da drüben. Sonst ist Jade immer, ja, unter anderem Namen damals, immer mit einem Anime-Flagge rumgelaufen. Sehr gerne sogar. Ja, jetzt sind wir ein, sehr gut, so wie Eisern. Eine Eule würde sagen, so, ja, muss das Minimum sein. Das ist das Allermindeste, was man machen sollte, wenn man eine Orga-Präsendung repräsentiert, ob da man Geld verdient oder nicht. Das ist das Allermindeste, dass man die fünf Logos einblendet. Einfach, um Zusammenhalt zu präsentieren und das ist sehr stark von den fünf Jungs. Kirby hat seine, seine, seine Jung-Padawan unter Kontrolle. Auch ingame hat er sie gerade unter Kontrolle. Zwölf zu drei zur Halbzeit. Sehr, sehr stark. Erste T-Side von die Weisen hier auf Vertigo. Jetzt muss man ein paar Runden holen. Kirby ist mal nicht letzter. Bei mir schon. Also zumindest auf CT-Seite. Ja, alles gut, das ist Spaß beiseite, Spaß. Mittelfeld ist unterwegs, Jade. Nicht mehr so weit, sag ich jetzt mal, nach vorne, weil He-Man einige Fraks bekommt genauso wie Hydro. Aber jetzt geht's rein in die Pistole. Ich bin gespannt, ob QVG eSports jetzt hier kontern kann oder ob die Pistole an die Weisen geht. Weird take? Was? Wo ist eigentlich Reza? Sonst ist sie immer da. Aber ist kein Velovent, ne? Jade, jetzt haben sie auch die USPs. Eigentlich Jade hat das letzte Mal ja 4K gemacht, ne? Oh, Hydro mit der Double-Bereiter sehe ich jetzt erst und jetzt geht's ab, hier. Lassen wir es, ja, was soll denn, Munition regnen, die Munition nicht? Kugeln regeln, so. Es war so, so, Western-Tanz, bam, 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 auf dem Boden. Aber zum Glück ist hier Hydro nicht auf dem Boden unterwegs gewesen mit den Schüssen. Sola nimmt hier Wedal und ich weiß gar nicht, wer das erste war, aber es Ebu, ich glaube, Ebu ist rausgeflogen als erstes. Ne, kann ich sein, der hat ein Double-Freck gemacht. Dann war es mir anders, auch egal, auf jeden Fall zwei Frakes hier für Hydro. Müssen sie bloß von oben gucken, weil der kommt schon nach oben. Da steht aber ja Jade. Ja, okay, ich wollte schon sagen, der verrät sich um Schieter einfach so rum, aber Jade ist da. Kein Problem. Muss erst mal Jade besiegen, ne gute Frosty. Sieht nicht gut aus. Jade macht das super stark. Von der Seite kommt auch Aaron rangelaufen. Ja, und das soll es gewesen sein. Jetzt gibt es den Klick bestimmt. Eins, zwei, und da ist er. Irgendwann muss er ja sitzen, der Klick. So sieht es aus. Farblich angefasst. Perfekt. Zum Girlie, ne, Girl Jade. Zack, direkt. Pink ist die Farbe der Liebe, wie auch immer. Er ist ja wahrscheinlich nicht ihre gewesen, würde ich sagen. Er ist in deiner Ecke gestorben. Weiß ich nicht. Kirby. Ich sag einfach Kirby. Wegen Resa Lost. Weißt du, wegen Resa. Da ist auch eine pinke Waffe. Oh, ich wollte die auch, ne? Gefällt dir? Ja, sieht auch geil aus. Die Farben so, siehst du auch fest. Auf jeden Fall. Ist besser als so plump, ne? Egal. Pistol gewonnen. Drüben geht man nur an Deagles ran, weil er hat ja kein Plan. Deswegen, nächste Runde gibt es die AKs. Auch nicht so wirklich. Vielleicht eher Galils, weil Deagles in der Runde zu holen, schon halber Force. Schon gefährlich, aber wenn er so erfolgreich ausgeht, kann man hier noch einen Frag ziehen. Ebo holt sich auf jeden Fall Aaron. Eskimo fällt. Und Kirby in der Mitte holt sich einen, holt sich vielleicht auch noch Vedal. Hat er nicht gesehen? Doch. Doch, hat er jetzt gesehen. Easy. Und Ebo, Ebo ist da, wartet auf Kirby. Hallo, Kuckuck. Ein kleiner Jumpscare für Jade. Und Ebo hat die Bombe und kann vielleicht auch schnell planten. Extra, Manni. Damit würde man echt diesen kleinen, relativ krassen, also relativ, diesen Half-By-Force, wie auch immer man die nennen mag, wieder gut machen mit dem Planten. Also das war mein super Ding. Boah! Boah, starke Storz jetzt hier noch mal. Alter, Junge. Reicht der jetzt auch langsam? Aber die Runde geht trotzdem an die Weisen. Das ist ja erst was Wichtige. So sieht's aus. Aber technisch müsste jetzt bei QVG richtig gut aussehen. Ja, der Plant jetzt, ähm, sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Stark. Also sogar einen Ticken besser, obwohl man hätte man jetzt normal gespielt und nur Glocks halt, sagen wir mal. Nur Glocks. Wärst du bei 4,5 gewesen oder so, oder? 4,8. Und das war jetzt echt top. Deswegen sogar Evo mit der AWP. Also hier ging am Ende dank dem Plant und diesem Frack gegen Kirby, der das ja so geöffnet hat. Ja, Evo hat ja auch drei Fracks gemacht. Dadurch hat er natürlich sehr viel Geld nochmal. Ja, ja klar. War halt auf den richtigen Spieler die Fracks, dass er jetzt die AWP kaufen kann. Aber trotzdem bringt es sogar mit Kevlar. Aber trotzdem bringt es ihnen nichts. Die müssen jetzt Gas geben. Die müssten jetzt damit komplett eskalieren. 14 zu 3. 14 zu 3. Wenn sie jetzt die Runde verlieren, ist vorbei. Ja, das stimmt allerdings. Nicht die besten Waffen bei die Weisen. Wir haben eine Farmers dabei, wir haben die Scout bei Hydro. Noch genug Utility allerdings. Das ist immer wichtig erstmal, dass man hier ordentlich Utility hat, um die CS aufzuhalten. Die natürlich jetzt das volle Waffen-Line-Up am Start haben. Und es soll, so wie es aussieht, Richtung A. Wo sind sie denn unterwegs? In der Mitte, ne? Sie sind jetzt schon im CT-Z-Bond. Da fällt A. Damit weiß man zumindest, dass ein Spieler da ist. Vielleicht jetzt vielleicht von Elevator ausbauen. Jeder kann auch Richtung B was machen. Oh, Kirby fällt auch. Und dann geht es auf jeden Fall die Runde hier für QVG. Ich glaube nicht, dass man da noch sehr viel reingehen wird. Ne, man bleibt auch direkt weg. Man wird das Ganze hier safen. Aber schöne Runde auf jeden Fall hier von QVG. Also hört man, Jade hatte nochmal eine Schüsselposition vorne am B-Spot. Hat damit nicht so gerechnet, dass da noch einer geboostet war. und parallel kamen beide halt hoch. Also insgesamt waren es ja drei Richtung B. Jade ohne wirklichen Impact. Glaube ich nur einen leichten Schaden gegen Bangzichang. Und dann war das auch die Runde. So ist es einfach. 14 zu 4. Zehn Runden trotzdem noch Vorsprung mit dem Save. Okay, jetzt ohne Hydro. Jetzt wird es doch ein bisschen schwieriger. E-Man, mal gucken, ob er die Waffe durchbringen kann. Ich denke schon. Aber ich glaube, jetzt gibt es dann... Ich kann mir vorstellen, dass es sogar ein Force wird. Ja, muss ja, weil du bist ja das ist dein erster Loser-Round. Du hast Hydro... Genau, du wirst reinforsten. Ich habe gerade irgendwie mit 1.9 gerechnet, muss ich auf 2.000 kommen. Ich weiß nicht warum. Wie war es mit Money Management? Hat da kein Nix auf dem Schirm? Ja, hier. Ey, immer wieder. Guck mal, Feuer nicht, wenn du sie überhaupt keine Ahnung hast. Kannst du nicht machen. Ey. Wir müssen... Bald... Management ist ganz gut, ne? Bald kommen alle nur noch rein hier, weil wir uns auf das Ding letztendlich dissen, Alter. Weil wir hier so wie die zwei auf Balkon, die Opferz aus der Sesamstraße. Auf jeden, Alter. So geil. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung. Können wir uns ja auch mal so eine Paprile besorgen. Können wir uns hinsetzen, so mit grauen Haaren und so. Egal, wir haben zwei Digles, noch eine AWP bei Hydro, richtig stark sogar. Die MP9 und eine M4. Kirby fällt, aber dafür der Frag von He-Man und das könnte eine Waffe sein, die man sich gerne gönnt, aber wo ist Jade? Jade ist nicht hier, ist auf der anderen Seite, ist auf dem B-Spot und da muss sie einfach performen. Jetzt kann sie vielleicht nochmal absmocken, kann nochmal Zeit rausholen. Schöner Anschuss. Jetzt geht er nochmal nach Aufversicht nach vorne, dann springt man daneben. Das ist schwierig. Jade, oh, schade. Ebu im Nahkampf. Da geht einiges. Aaron holt nochmal einen, aber das ist jetzt chaotisch. Jetzt ist Aaron alleine. Meins gegen drei. Der wurde auch gesehen, weil er jemanden noch geholt hat. Der geht in den Save. 14 zu 5. Nächste Runde und der Weisen wird jetzt Full-Echo spielen. Außer He-Man vielleicht. No-ha. 700. Ja, könnte man vielleicht einen Deal oder so noch. Dann kaufen wir jetzt nur vielleicht nicht die AK verlieren und das sieht nicht gut aus. Frosty steht bereit. Schade, dass man da nochmal irgendwie probiert, den Frack zu holen. Jetzt muss man voll-Echo quasi spielen. Ich glaube, jetzt wird He-Man auch nichts rein investieren, weil es lohnt sich auch nicht. Die AK hätte ich auch hergesehen auf jeden Fall. Die werde ich auch gefeiert, aber vielleicht wollte man noch ein bisschen Schaden machen. Einfach probieren, wie auch immer. Fast nicht. Ja, QVG kriegt auch relativ gutes Geld mittlerweile auf die Bank. Ist auch in Ordnung. Somit kann man auch Verluste, sag ich mal, kompensieren, aber du siehst, das Eskimo wird nach vorne geschickt mit der W-Taste, gehe ich von außen mit der Mac-10. Einfach, weil man auch weiß, drüben hat man jetzt kein Geld, da wird man irgendwo fünf CTs begegnen mit der USP. Die möchte man lieber mit der Mac-10 holen im Nahkampf, als mit der AK und dann diese verlieren. Aber wir sehen es ja, vier Leute auf dem B-Sport mit der 10. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ah, das rennt man gerade rein. Man rennt gerade in diesen Viermann-Stick rein. Mal schauen, ob das für die Weisen vielleicht sogar aufgeht, mit den USP zu ziehen. Die ersten Schüsse fallen, jetzt kommt eine Flash von He-Man. Oh, die First-Track-Eskimo, aber gleichzeitig kommt über die Mitte jetzt an Eskimo wieder keinen Nächsten holen und jetzt wird es natürlich wild jetzt mal der Schlange. Zwei nimmt man raus. Ist okay für so eine Runde. Ein Dritter wäre schön gewesen, aber zwei ist vollkommen in Ordnung. Jetzt hat man allerdings wieder Waffen. Jetzt sollte man auch direkt zeigen, dass man diese Waffen Runden holen kann. Gar nicht hier nochmal QVG ins Spiel kommen lassen. Diese drei Runden nach der ersten Weapon-Round müssen jetzt auch reichen aus Sicht von die Weisen. So ist es. Jetzt reicht's. Jetzt muss die Weisen hier den Sack zumachen. Und Jade vielleicht mit den Aktionen, aber Bang the Chang wirkt sich aktiv. Vorher auf der CT-Seite Schwierigkeiten. Jetzt wirkt er langsam wach. Ich dachte gerade, er holt sich einfach unsere Jade. Äh, unsere Jade. Jade sage ich schon. Aber zum Glück nur leichte Anschüsse für sie, gegen sie. Und trotzdem geht's weiter Richtung B. Da hat man gemerkt, es wird nur alleine gedeckt. Oh, Kirby kriegt da nicht den Frack. Da holt sich Kirby. Also der Frack sitzt auf jeden Fall. Jade sucht, findet aber nicht. Jetzt gibt's ja auf der anderen Seite den Boost. Mal gucken, ob Jade das peaked. Das Timing ist perfekt. Oh, super offensiver Play. Das ist die Erfahrung bei Jade. Das ist perfekt eigentlich. Das wird Bang the Chang nicht auf dem Schirm haben. Man stellt zwar den Spieler ab, was natürlich gut ist aus Sicht von KVG-E-Sports. Aber die Rotation ist da. Eskimo wird fallen. Und ich denke, es wird man haben. Wichtig ist hier, dass Hydro in der Mitte das Duell gewinnt. Ja, da kann man noch eine Waffe reinladen oder Utility. Da ist man. Oh nein! Und Jade hat nicht gewusst, dass da Bang the Chang schon so weit vorne ist wegen dem Boost. Trotzdem gute Aktion. Drei gegen drei. Man muss jetzt erstmal aber die Bombe holen. Das verzögert natürlich alles nochmal extrem. Wir haben auch ein gutes Teamplay hier zusammen. Die Bombe weiter zu geben wie sie im Staffellauf. Cool gemacht. Bang the Chang sehr offensiv. Hydro kassiert zwar einen Schuss, ein Spielerball kassiert dann selber. Hümer mit dem Nächsten. Jetzt ist es hier Evo mit dem Eins-gegen-Zweig-Klatsch. Holt sich auch schon He-Man und holt sich mit einem ganz starken Schuss on-on-Aaron. Bitter für uns. Aber der muss man respektvollen. Der war echt schön. Als Dank darf er jetzt bestimmt erstmal eine Waffe für Wedal droppen. Rein droppen. Also übrigens für dich ist eine Anime-Figur Solo-Leveling. Wobei es ist keine Anime-Figur, es ist eine Manga-Figur. Der Anime kommt jetzt erst raus in ein paar Tagen. Haben sie endlich animiert. Das wird auch sehr geil. Also, da kannst du... Das kannst du gucken, Paddy. Scheiß auf One Piece. Entschuldigung. Entschuldigung für alle Fans, aber das kann man... Egal. Das kannst du doch nicht bei dem extremen One Piece-Hype sagen, der gerade extra... Ach was, ihr One Piece-Hype und Netflix-Serie hier. Alles voll gerade bei Twitter damit. Hast du meine Story gesehen auf Insta? Die musst du dir reinziehen, oder? Die ist der Hammer. Die ist einfach der Hammer. Der ist der Hammer. Wirklich. Kannst du mir jetzt auch noch alle anderen Anvorsage erklären? Nein. Der Frosty sieht so ein bisschen aus wie... Keine Ahnung. Alter Diktator von den Russen. Aber wie heißt der? Der kennt man, oder? Ist es nicht dieser Diktator? Ja, wie heißt der denn der? Von den Russen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Keine Ahnung. Egal. Zurück zum Spielen. Uff. Jade, schöner Klick ins Gesicht. 4 AK mit. Noch einen zweiten gegen Evo. Perfekt. Und Evo fällt. Und damit hat man ja noch eine Waffe. Und was macht Kirby? Er nutzt die Zeit aus. Wunderbar gespielt. Das ist ein... 2 gegen 1. Das ist hier wirklich chaotisch. Und da ist James. Oh, das ist die Runde. Da ist die Runde da. Da will man mal hier in so einer Eko ein bisschen... Trash torken. Bruder, Bruder Vorsicht. Da weißt du so. Ich hab ein One Piece Tattoo. Ich darf das. Aber wenn ich jetzt vergleiche, heutzutage, One Piece ist leider outdated. Ja, aber heutzutage wollte ich gerade sagen, wie alt ist One Piece? 20 Jahre? Ja, aber es darf sich trotzdem auch... Trotzdem darf es sich gerne mit der Zeit gehen und die Kämpfe nicht auf... Keine Ahnung. 50 Mal besiegt und 50 Mal besiegt und 50 Mal besiegt bis man dann den... Einmal den anderen besiegt. Machen, weißt du? Eigentlich müsste es dann eine Revanche geben für den Gegner, dass er auch nochmal aufstehen darf und dann gegen Ruffy spielen darf. Weißt du, was ich meine so? Aber das ist total langweilig. Oh, jetzt hier vielleicht die Banks gegen Jade? Naja, doch nicht. Man will es sich dann noch nicht verraten. Boah, das wird ein wildes Duell jetzt hier vor der B-Zeit. Oh, Jade aber wird vielleicht Probleme haben. Aber schön gemacht. Schöne Kombination von Jade und Kirby. Das war hier ein Dream Team. Da muss Resa aufpassen auf jeden Fall. Wenn das hier noch weiter so tänzelt. Stark. Was macht die Autokamera? Hat keine Lust mehr gerade. Frosty jetzt gibt es die Möglichkeit, aber Jade mit dem nächsten Brett. Richtig gut, Pally. Richtig gut. Uiuiui. Hallo, Jade. Jetzt reicht. Da muss ja noch eine Runde gespielt werden, ne? Ach, wirklich? Das ist jetzt zu verlieren. Aber sind nur 28 für das Spiel hier. Kein 30er Bombe. Aber das Game sollte over sein. Ehe du alleine gegen... Alter! Schade. Aber dann ist es vorbei. GG, 16-7. Super starkes Spiel. 16-7. Easy. Easy peasy. Auf Ende. Jade rastet komplett aus. Kann man sagen. Schön gespielt. Schöner Sieg. Da braucht man nicht viel zu sagen. Am Anfang habe ich kurz gedacht so, ohne Witz jetzt Pally. Am Anfang dachte ich so, nach der Pistol von QVG. Boah. Das könnte echt knapp werden. Ohne Witz. Ich dachte, wirklich so könnte... Ich könnte echt ein hartes Spiel, weil man einfach... Die haben das so gut gemacht. Ja, vor allem Kirby hat ja schon so, oh, hol mal die nächsten zwei Loses heute. Das war... War schon Bretter. War es 16, 8 oder 16, 7? 16, 7. Egal. Aber trotzdem waren es starke Spieler... Starke Spiele auf jeden Fall. Oder auch die Spieler nicht schlecht. Aber Jade und Co. Und die waren einfach alle on top. Einfach krass. Die kamen rein auf Vertigo und dann wurde rasiert. Also, danke fürs Reinschauen. Gingens relativ zügig am Ende. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder um 20 Uhr, wenn ihr Bock habt. Dann mit dem nächsten Spiel die Gegend. Wie heißen sie? VK Best. Ich weiß jetzt völlig, wie sie stehen. Alles Paces der Gäste, aber das sagt halt gar nichts. Ich denke, immer noch, dass die Jungs hier von die Weisen, die sehr mainwürdig sind, sollten eigentlich das Ding holen. Sind sogar, wie ich gerade sehe, Gruppe A Runde 8. Das steht ja hier. Da kann man ja im kleinen Detail sehen. Wird klar gehen. Oder was weißt du, Paddy? So, wie sie gerade gespielt haben, können so viele Teams besiegen. Sagen wir es so. Ja, ich denke auch. Also, da geht einiges. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, was sie abliefern. Es ist nicht nur stupide, sage ich jetzt mal, auf Aiming gehen, sondern auch wirklich auch ein bisschen betaktiert. Aber na gut, mal gucken, wenn die ersten Gegner kommen, wenn man gefördert wird, so wirklich, und man halt vielleicht auch auf Probleme trifft. Aber ich denke, erst werden wir in den Playoffs dann sehen. Oder ein, zwei Gegner, wie der letzte zum Beispiel habe ich ja nicht gecastet. Revier nicht gecastet, aber dann vielleicht würdest du ein oder zwei nochmal geben und dann den Playoffs würdest du schon Gegner geben, die dann schon auf unserem Level sind. Aber ich glaube, man muss nur zweimal gewinnen und dann ist man schon in der Seamade. Du hast ja dann worausend nicht so viele Games, um dann aufzusteigen. Also, dann bis gleich um 20 Uhr. Tschüss und ciao, euer Albi. Jo, und dann fest. Also, ich glaube, wir sehen uns dann gleich mal. Top, man. Wo keine Soundprobleme. Also, Frau hat auch oben... Opa, da.